eine Spülungsflügel und Stimme auch durch die Scheiße der Lichter und das war schon ein guter Anfangsatz ja das gefällt mir um auch was hab ich denn hier bekommen die Niedergut ich bin ich nicht mehr er hat es die Wende ja jetzt habe ich mein Intro versaut super dann nochmal nachträglich ein herzlich willkommen bei unserem kleinen bei unserer kleinen Dota Runde ich soll hier diesmal den den Anfang machen dafür möchte aber Dirk alias Mephisto auch den Rest des Spiels reden und zwar konstant konstant am Stück doch das haben wir so abgeschlossen achso ist da jetzt kein Problem für dich doch jetzt doch gar nicht dich kann man doch normalerweise nie davon abhalten Quatsch stimmt doch überhaupt nie dich zum Schweigen zu bringen ist schwer ja das stimmt ja also der Turanus alias Marcel ist auch wieder mit von der Partie ähm in Moment wer spielt was ich spiel mein Liebling mein Liebling Terrorblade du hast du's getäuscht also Mephisto als ähm Terrorblade und wie hieß der andere nochmal ach ja Turanus spielt den Ex und ich hab ich hab die äh das außergewöhnliche Privileg zum ich glaub zweiten Mal insgesamt Disruptor zu spielen oh das zweite Mal eine Sekundäre nee das wär ja eine Sekundäre ist das quasi ja das haben wir mal so wann war das letzte Mal wie du das gespielt hast oh das ist schon Monate her Achtung Venomanzo ach die haben wir jetzt auch noch gegen uns ja ich nehme an die Fronten sind jetzt geklärt deswegen überlasse ich Dirk jetzt das Podium oh mein Gott ich muss mich aber hier konzentrieren aufs Last Hits also verzeiht mir bitte dass auf und zu mal kein Ton rauskommt oder das gefällt dir ne oder ein sehr schwacher Ton au ha 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 aber ich denke das wäre ein Opfer ja zumindest wenn ich da jetzt nicht also ich merke auf jeden Fall dass sie ziemlich stark pushen hier das ist könnte man zu unserem Vorteil an sich schon ich habe auch noch keine Ahnung was ich hier für 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 Skills habe deswegen ach so ich weiß ja ich weiß zwar was der so generell kann aber ich weiß nicht welcher Skill der Prozent was bewirkt also das erste ich habe sie nur einmal gespielt also das erste glaube ich ist über den Kopf zu den Kugeln und die macht dann Schaden über Zeit macht sie bumm bumm ah ok der Berge ich habe denke ich das zuerst du das war Teil der Eindruck ja das stimmt mit alle die in der Nähe sind Krieg auch alle Bühne auch schon Prozent extra dann kriegt er noch was ab ach so dass es zurücksetzen hätte ich das gewusst ach jetzt jetzt legst du wieder los mit der Feuerwehr also ich könnte mal dann was du kannst dich erst mal auf Last Hits konzentrieren aber ich würde gerne mal Knecht ich habe aber kein Manna das ist aber schlecht ich trinke gerade einen Manna Trank ich fange mal schnell meinen Kurier ab hier muss ich ja zum Glück auch nicht pullen das kann man hier glaube ich schön vernachlässigen ja das ist der Vorteil ach hat die Viecher wieder stärker gemacht so it goes yes und ich komme auch nicht mal dazu meine Observer da oben hinzustellen mit der Kultkraft faster so wills was starten äh noch nicht ich warte mal bis meine Schuhe da sind aber wie gesagt ich komme ja nicht an den Secret Shop ja vielleicht ein bisschen zu ach I grow in power and craft ich sag mal im Notfall habe ich ja hier den den Glimpse ich kann mal nicht kurz hin genau wenn wir den Ächsen unterweichen kannst du kannst du hier vorne von der Seite kommen äh auf wen ähm ich würde sagen der der am meisten vorne steht das ist dann Venomenta komm den kriegen wir auch noch gut 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 aber wir haben uns trotzdem lieben echt ich denke das sagen wir doch nur weil hier gerade angeschaltet ist Angst so du hast mich doch nicht etwa nicht lieben und ja die scariest betroffen gegenüber durch già undig retuch zu bekommen es callet 1 d roman skunkiert rufe was ist das Hauber dlatego dass baute d'ohon der überdacht er ist h h 8 ab herr wer das auch von dem schick oder er hat nicht so ein der war eingeladen die fälle ich versuche den zurück zu begleiten ich habe die geschwollte doch aus dem brauchst du noch was das mann ich hätte gerade ich habe eine base fix okay hat das gespielt hat das ist sehr schön herzlichen Glückwunsch sie haben gegen ich wirst du gewonnen das ist nicht so schön 11 zu 12 ooooh da kriegst du den Hämorrhoid ich hab nämlich auch gedacht das eh nicht oh voll geil wie ist der Eukalyptus was weiß ich es äh Panda-Bär und Koala-Bär tja Bär ist nicht gleich ich hab es wieder getan ich wollte einen Sporten und hab gedrückt mein Gott das finde ich total scheiße gemacht das finde ich total scheiße gemacht mit dem Porten das können sie mal anders machen inwiefern ja dass du wenn du drückst nicht das Porten abbrichst ähm du kannst auch einfach Shift und dann drücken machen dann führt er die Sachen nach der nächsten Aktion aus advance komm jetzt Ah, das gefällt mir gar nicht, ja. Jetzt haben wir sie beide. Scheiße, das Schade ist, dass das jetzt nicht drauf ist. Was? Das hätt sie jetzt synchron haben müssen. Der Ex und der... Also der Tusk und ich mit dem Ex haben beide synchron das Ultige zündetiert, weil im anderen und stand nebeneinander. Ich glaube, jetzt muss ich so langsamer gehen. Ach, da kommt Rural Ranger. Okay. Your middle tower is under attack. Yes. Hand in. By venom, dis... Your middle tower is under attack. That way. Rural Ranger. Okay, bitte. Deine Energie ist aber auch nicht gerade die beste, ne? Ich habe das Ulti jetzt. Au. Das war knapp. Ich wollte sowieso gerade wieder zurück teleporten. Sie haben gerade meine Boots. Wollten gerade anfangen. Da, das ist leider scheiße. Schief gegangen. Hahaha. Ich liebe den Seuss. Wer hat er denn? Turano 2, Tusk 2. Okay. Ja, bis jetzt alles. Alles ganz okay. Besser als das letzte. Besser als das letzte. Ich will nicht mehr kannst. So. Okay, das habe ich jetzt auch. Okay, da unten könnten wir also wieder einen kleinen... Ja. Stell dich nicht so an. Wir müssen doch erstmal da hinlaufen. Turano Ranger ist hier ein bisschen zu hektisch. Ich bin ein bisschen nervös, ja? Die hat... Die hat... Die hat... Und ADHS. Go. Los. Ich laufe, ich laufe. Friede foot. Ich bin unter Attack. Dein Schuss hat verletzt. Ja, ich würde sagen, Tower. Das System adaptiert. Guten Tag, Axe. Axe geht mal bitte vor. Hält die... Die sind so hoch. Okay, alle. Au. Au. Ah, wir sind alle weggekommen. Au. Au. Was ist das? Oh mein Gott. Der hat dich gestunnt und dann hat dich dann gehauen. Einmal. Und das hat gereicht. Der hat mich getrollt. Der hat mich getrollt heute. Der hat mich getrollt heute. Dass er überhaupt ein bisschen Chancen hat gegen sein Ulti. Your bottom tower is under attack. Your middle tower is under attack. Ah, deja vu. Beware the clouds. Nicht schon wieder. Ah. Ich habe gerade echt zu wenig, zu wenig Leben generell. Um bei den Kämpfen zu, äh, irgendwie ein bisschen zu dominieren. Das klappt nicht. Aber ich nehme wenigstens immer einen mit. Ja, komm. Your tower is under attack. Ja, sehr schön. Jetzt drauf mit dem Gesumse. Ulti. Lass weg, weg, weg. Zurück, zurück. Ja. Das stoppt sowieso. Denk ich. Ja. Oh, der lebt, Dings hat nicht viel Showwind, der sieht aber auch arg angeknappert aus Zu Moiner, fahrt ich Kannst du mal deine Moiner-Bootz finden? Jo, Moment Oh, jetzt sind es aber alle oben Alle, drei oder vier auf jeden Fall Ich glaube, Rückzug wäre angesagt Also ich könnte einsperren und Dingens machen Oh, ich glaube, das hilft dir noch nicht so viel Einsperren und Ulti Ja Jetzt renn doch weg Mit wem redest du, mit dir selber? Nein, mit dir Du bist wieder zurückgerannt mit deinem wenig Leben Wie man sieht, es bleibt spannend, jetzt ist es 10 zu 10 Das ist halt, wenn man sehr öde gezündet hätte, wäre ich sowas so draufgegangen Ach ja Du bist wieder zurückgegangen Deine dritte Tauere ist unter Attacken Aufwärts Deine dritte Tauere ist unter Attacken Jetzt müssen wir aber auch ein bisschen pushen Jetzt erst mal die Viecher wegkriegen Jetzt hauen die uns den Tower kaputt Moment Okay Wo kommt der denn her? Von da oben Komm Der kommt da wieder Ich hab jetzt auf einmal Ich hab mein Ulti-Kornisch gezündet Ich hab jetzt gut dran drauf Äh, okay Ich weiß nicht, ob das Verbündete auch betrifft Das war klar! Das war klar! Das ist nicht dein Ernst, jetzt nur Oh, Mann! Ach, wie böse Ja, jetzt töte es! Töte es Oder auch nicht Komm! Das ist sehr durchwachsen gerade Oh ja, der Tower ist weg Rampant Rolling Thunder Back you go! Foul creature Barrier up Rampant Golden Opportunity Rolling Thunder Oh, das ist jedes Mal Immer abgehöhnt Oh, das ist ja Auld Ja, jetzt kommt er wieder um den Fressen, das war die selbe Scheiße. Hier, da machen die Party ohne Ende. Ja, und Marcel kommt auch nur auf das Formulierung so klar. Und ihm. Ja, ich muss ihn mal vorschicken. Wir sehen, wir haben alle total viel Spaß an Dota. Das ist ein sehr familiäres Spiel. All die Fresse! Da lernt man seine Freunde erst richtig zu schätzen. Was? Ich hab keine Freunde bei dem Spiel! Nur potenzielle Gegner, ne? Das ist aber jetzt ein bisschen gelogen, Dirk. Wieso? Wir sind verheiratet. Nicht nur im Spiel, dass du keine Freunde hast. Das war jetzt gemein, Schatz. Auch, äh, auch in die Real Life. Das war jetzt gemein, Schatz. Ich lass bescheid. Nein, nein, das war nicht gemein, das war ehrlich. Ich lass bescheid. Ich möchte die Hälfte des Hauses. Okay, du kriegst die Unterricht um die Oberkontrolle. Dann hast du Probleme mit reinkommen. Hm, hm, hm. Alter, fliegt auf den Fuß. Hände in! Ja. Bleib geschwölnig. Was schützt du mich? Ich lauf dann mal. Und ich bin wieder tot. Ah, das war klar. Ich komm, ich gräb einfach nicht genug Leben um das, äh... Ja, wir müssen grad beim Dings, sondern beim Rush. Niemand. Da war doch grad draußen. Ja, der hat das Ulti vom Dings abgekriegt, vom Venomenser. Weg. Hinterm Tower, pass auf. Und da sieht man wieder, dass ein Spiel, das gut anfängt, auch schlecht enden kann. Von Upland-Grood, ich riebe. Tsss. Marcel, lass das. Ja. Tsss. Jetzt macht wenigstens was draus. Hier. Marcel! Reaktion wie so Schnitzel. Ulti! Jetzt, Ulti, Ulti, schnell! Jetzt weg, weg! Dann habt ihr noch was gebracht, was? Ich habe mich für das... ...weil gekriegt. Was? Oder? Nein, einen. Einen, schade. Ich habe mich für die... Nein, Captain Ranger hat die bekommen. Ich habe mich für die Gruppe geoppt. Ich weiß nicht, ich sei unser Opfer. Du Opfer! Die Enemies mit der Talon wurde verabschiedet. Streckt! So, aber ich habe gleich endlich mein Mecha fertig. Mit etwas Glück überliebe ich dann auch ab und zu mal die, äh... ...die Zeus-Ultis. Ah, die sind schon deftig, ne? Ja. Besonders, wenn man relativ squishy ist. Aber ich sage mal, bis Level... ...ab Level 20 sind sie... ...oder... ...ja, irgendwann ab Level 20 kannst du eigentlich noch vergessen. Ja, aber bis Level 20 ist noch ein bisschen hin, ne? Also ich bräuchte noch nur ein Level dafür. So. Ja. Ja. Rampant. Und... Und... ... ... ... Ich merke gerade, unser Kurier ist immer noch nicht abgedatet. Muss ich das wohl gleich mal tun. Gar nett. Komm jetzt! Komm, sind wir aber noch nicht dabei. Richtig? Ich habe keine Männer mehr. Ich will, bis sie meine Probleme. Ich habe leider noch 40 Sekunden jetzt Cooldown. Hier, äh, das Bärchen kommt hier runter von hier. Okay, dann gehen wir mal lieber. Geh! advance! Flieder fort! Pass mir nur mit dem Kurier auf. Der ist gerade erst abgedatet. Dyer Strukturen sind fortified. Stand aside! Weiter! Geht hier mal super. Alter, was macht der mit dem Kurier? Seid ihr bescheuert? Hände in! Thunderclap! Rolling Thunder! Lifts! Au! Komm jetzt! Das wird eng, ich glaube nicht. Nein, ich glaube, ich bin tot. Da ist mit mir. Oh, ich liebe! Ich liebe! Hoppala. Egal. Das warst du hier. Ich habe, äh, den einen versucht und habe aber dummerweise noch meinen, äh, Skill dabei aktiviert. Oh, ich kann... Oh, ich kann... Ah! Na komm, aber einen kriege ich noch. Gut. Ich kriege das Ulti nicht raus. Das ist die kurze Besatz, das Ding eigentlich für den U-Rux-Set. Ich bin nicht so. Also entweder die Teamfiles laufen überragend gut oder überragend schlecht. Aber wo kommen die jetzt auf jeden Fall her? Keine richtigen, äh, Zwischendinge hier. Hier oben, Jörg. Die sind irgendwie so, äh, durch die Mitte wahrscheinlich dann durch den Jungle gekommen, ja. Deine Top-Tower ist unter Attack. Ich werde da mal oben verteidigen, wenn ihr euch da amüsiert. Ha! Ha! Scheiße, aber die Knechte! Aber wir da auch da keinen Zweck. Neee! Hmhm. Geh mal durch den Wald, guck mal, ob du was findest, Marcel. Au, au, ich bin tot. Ach, Mann. Oh, die sind da drin. He turned it to be a double damage, this is quite another. Lost Policist found. Yes. We had an aufgucken gehabt. Alone to read it. Weg, weg, was macht ihr da? Schau mal rum. Rampant. Was genau versucht ihr da? Was genau versucht ihr da? Oh, da kommt er jetzt entgegen, hau'n um. Ich setz hier irgendwas hin, das Flächenschaden, da hat nichts mehr. Ja, ist klar. Böser Bär, böser Bär, böser Bär. Ja. Your top tower is under attack. Puh, Marcel, Marcel, geht mal kurz ins Grüne. Ja, der muss mal kurz hinterm Busch verschwinden. also es bleibt immer noch spannend aber ich glaube besonders der TASK reißt gerade alles raus ja ah lass dir nicht entkommen also es ist oh schnell zu mir schnell zu mir ich habe Mekka Marcel was machst du ach man was soll das ich hab mal zu mir zu laufen warum es ich jedes mal sterbe ich dachte du bist leichter aber reicht das wüsste ich denke warum bin ich so gehipst that way faster so it goes low ok da kommt ok da kommt ok da kommt ok da kommt Komm weiter, 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 wo seid ihr alle? Nichts an meine Macht! Strider-Rounds! Achtung, Rischkab! Der Earthshaker steht da oben auch noch drauf. Lass die lieber hier vorne hinlocken. Und das ist ein natürlicher Tod-Round-Demon. Triple-Kill! Alter, was macht der? Ja, was soll ich denn da jetzt mit angreifen? Das sind vier Mann! Da hab ich auch viel Angst. Wie steht's denn gerade? Okay. Wie, mein 3336? Ähm, ja, ich dachte jetzt gerade nur von der KD. Ich hab mal gerade so geguckt. Ach so. Sieht doch nicht so schön aus hier. Ich muss sagen, bei uns ist es der Tusk, der alles rausreißt, und bei denen ist es der Zeus. Unser Ex bei uns, Team. Ja, der kann ziemlich gut wegrennen, das stimmt. Pfff! Rampant! Fleet of Foot! Attack! Ich hoffe mal unser Droh macht jetzt auch noch mal ein bisschen mehr Schaden. Dann sollte das Ganze noch klappen. Wieso? Ich gehe als nächstes aufs Hex. Abwärts! Dein Mittler Tower ist unter Attack. Strider auf! Dein Mittler Tower ist unter Attack. Ich gehe von den Upland Drood, ich gehe. Ich gehe von den Upland Drood. Seitdem ist mal der Trick funktioniert, wach? Ja. Komm, dann gehen wir jetzt da drauf. Und ich hoffe, dass draufgehen jetzt nur in einer. Oha! Rampant! Lasse. Da können wir lieber raus. Ja, der geht toll! Ja, du bist da alleine vorne reingerannt. Wir waren noch gar nicht da. Nee, der hat's. Nee, nur weil der hatte Dings hier drinne. Pff! Blinkdecker! Der stand auf einmal neben mir und hat mich mit der Welle gestern. FASTER! Boah! Drei Schläge! Die spielen in dem Team fast alle mit Blinkdecker, ne? Die Strukturen sind fortified. Schafft sie nicht. Er hat... Mirana nicht, aber die kann springen. Erfshaker hat auch. Also ich glaube, es sind nur die beiden. Ja, es sind insgesamt schon drei, wenn es dann ist im Team. Also ich weiß ja nicht, was der Tusk vorhat hier. Also ich weiß ja nicht, was der Tusk vorhat hier. Ich glaube, retten geht da sowieso nicht mehr. Ich höre mal. Ich höre mal. Die zwei Portale. Ja, ist klar! Komm! Oh, nee. Also. Oh, warum macht denn da das all die nicht? Was ist denn das für ne Scheiße? Weil du gesandt bist? Weil du gesandt bist? Räumt! Also in diesem Team gibt es da irgendwie ziemliche Allüren alleine in irgendwelche Teamfights reinzurennen. Wenn wir da mal, ähm, zusammen in das gleiche, in die gleichen Leute reinrennen, dann wird das auch klappen. Mitter. Ja. Ja, der verzieht sich schon wieder, der weiß, dass wir kommen. Ah, doch nicht. Ja dann. Jetzt bin ich schon wieder, warum die alle diesen Blinkdecker spielen. Wenn die aus deinem Teil wieder rauskommen. Mhm. Your middle tower has fallen. Yes. Zeus, be with you. Gold. Gold. Gold for my coin. Advance. Wir sind im Secret Shop. Ja, ich weiß. From Upland Druid I ride. Dominion. Rolling Thunder. Du kommst jetzt zurück. Nein. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Das wird nichts bringen. Das ist jetzt zu dritt, aber das ist echt nicht. Ha. Jetzt müssen wir aber verteidigen. Rampant. Stand aside. Oh nein. Oh nein. Oh leide. Hier über ein Disc vorbei. Heißt du. Du bist ein Mic. Los nehme ich. Drei. Die. 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 Ja, ey. Ach ja, jetzt sind sie wieder alle unsichtbar. Aber es ist echt so, alle rennen allein in den Teamfight rein. Das macht uns gerade kaputt. Deine Top-Tower ist unter Attack. Deine Top-Tower ist unter Attack. Radiant Strukturen sind fortisiert. Deine Top-Tower ist unter Attack. Mh, ab dem Zimmer, aber es nützt er jetzt gerade nicht. Deine Top-Tower ist unter Attack. Rolling Thunder! Deine Top-Tower ist unter Attack. Hä? Deine Top-Tower ist unter Attack. Retribution! Deine Top-Tower ist unter Attack. 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 Oh, das ist jetzt nicht der Angst, oder? Jetzt kommt die wieder um die Ecke. Ja, ihr rennt immer alleine da rein. Hey Beard, hey Beard Hey Beard, einsetzen Ja, hier spielen nur die richtigen Pros Potato Club, alles andere ist Kindergarten Ich bin leicht etwas gefrustet Oh, das spielt so ganz schön, Rattensack zusammen Ah, Alter, Kölbe Ich fühle dich gerade besser Mit all meiner Kraft, ich habe einen Feldtag Ja Rampant Faster Attack A gilded death Foul creature Ich habe mich schon gewundert, wo die sind Mhm The system adapts Come now Back Ach ja, klar Ach ja, klar Ähm, was macht denn das Frange mit der Mit dem O-Club BKB bauen so aus Ja, jetzt hör auf mich an zu pingen, das macht auch nichts besser Pingen hilft keinem Besonders nicht in der Situation Besonders nicht in der Situation Ich will eigentlich das nicht sagen, aber ich meine, man sieht da hier oben, dass da hier 4, 5 Mann sind, die den Snowy zusammengehauen haben Wieso rennt dann 2 Mann da rein? Versteh ich auch nicht Na, sagt ausgerechnet derjenige, der am Spiel ganz schön feed it Ah, haha, haha Was denn, ähm, hä? Ah, klar Ja, also komm Ja, also komm Ja, was denn Ja, was denn Ja, stopp Jetzt komm, du stellst dich noch von vor uns ein von mir Oh, toll ist es gelieft Vielleicht haben wir ja noch Glück Scheiße Komm jetzt Rampant Hast du ein Hellbierd eingesetzt? Setz das schwule Hellbierd ULTI 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 Geht ja nicht Ich hab noch Cooldown drauf Hast du das Hellbierd eingesetzt? Ja Zumindest hab ich Cooldown drauf Ja, zumindest hab ich Cooldown drauf Haha Du bist doch, strick dann alles Okay, jetzt ist er kaputt Oder? Ja, hast du was kaputt Ja Achso Ich wollte gerade noch den Nein, aber Also ich komm nicht mal raus, das ULTI rauszuballern Oh, Leider vor dir Kockockockockockkopp Aaaaah Wir spielen heute einen Rattenzack zusammen Ja, das ist nicht unser bester Tag heute Ich kann aber auch nichts gegen die machen, ich kann mich nicht gegen die nehmen. Was? Wer hat das gesagt? Falsche Items? Ach, ich. Ja. Vanguard, vergessen. Plate Mail, und wieso rennst du jetzt da rein? Nein, du bist ja selber nicht, ne? Okay. Wow. Was kann irgendjemand mehr öffnen? Was macht ihr damit, du Courier? Ja, ich. Jetzt haben sie schon unter eingesperrt, hä? Na egal, sollen sie jetzt beenden. Spiel war lange Zeit ziemlich ausgeglichen, wie das Team hier angefangen hat, immer alleine in Teamfights reinzurennen. Von daher, okay. 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 die ja das war's dieses Bad das Video wird nicht hochgeladen und ob es das wird das wird das nein nein allein schon weil du dich jetzt nur darüber aufregst nein das Spiel ist nur scheiße ja da bin ich ja mit meinem 12 mal gestorben mach ich gut 15 mal zurück 15 mal alter geh mir nicht auf den Sack oh alter das ist aber jetzt ganz schön gerade und 15 mal gestorben ich halte dich das Bescheid ich will keine Kinder von dir das wollen wir alle nicht